Und nun, meine Damen und Herren, die Rudi-Karel-Show zum letzten Mal in der ARD. Lassen wir uns noch einmal überraschen und natürlich treten auch wieder musikalische Talente auf, die große Idole imitieren. In der Rudi-Karel-Show erleben Sie heute eine Schwäbin, die in den tiefsten Tönen zu loben ist. Eine Kölnerin, die sich den Illusionen zweier Auswanderer hingibt. Eine Schlesigerin, deren großer Schwarm sie nicht kalt lässt. Unser Studiopublikum, gespannt wie immer. Und sieben Imitatoren vom Feinsten. Heute zum letzten Mal präsentiert von Rudi-Karel. Lass dich überraschen, schnell kann es geschehen, dass auch deine Wünsche in Erfüllung gehen. Lass dich überraschen, lass dich überraschen. Gleich, das ist ganz klar. Werden wonderwirklichkeit, werden träumen wahr. Werden wonderwirklichkeit, werden träumen wahr. Werden wonderwirklichkeit, werden wonderwirklichkeit, werden wonderwirklichkeit. Danke, danke. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Studio und zu Hause. Die größte Überraschung dieser Woche war wohl, dass es am Sonntag in München eine Lichterkette gab. 300.000 Menschen demonstrierten dagegen Ausländerfeindlichkeit. Ich war auch dabei, ich habe nichts gegen Deutsche.